so weiter geht's nächste episode wo muss ich jetzt hin so im mit ihm checkpoint good it see hey you two what you got for us no assignment just says report to isaac ist isaac der leiter quasi von dieser position das habe ich vorher auch rausgelassen leiter ja warte ich dann bauen wir mal aus stabilität passt dann hätte ich auf rückstoß bis hole ist immer eines der wichtigsten sachen die man haben kann das war es eigentlich okay see see yeah heard about your ambush heard they hit you right around here here are houses shit they keep slipping past our lines hey you know where isaac is he was here a few minutes ago okay thanks look around i here are here are here are here are here are well we are here are here are hey man you feel better here here are there are okay hey man Abbie ist aber nicht da, Alter. Ah, da ist sie. Nora. Melone. Will this girl to relax. Hey Mel. Relax. You got it. Hey, um, I need some muscle so- Can you two give me a hand or something? Sure. Don't move! I'll just be here. Relaxing. Nora. Have you had a chance to relax? Ugh. I'm shipping out to the Westside hospital in a few. Orders are to get everything. Wie ist es, Mel? Wirklich? Die Baby-Vitale waren ein bisschen hoch, aber... Ich bin nicht gut. Niemand sollte Owen sagen sagen. Wer will hier für sie sein. Ja. Ich muss euch etwas zeigen. Was ist das? Segen Sie mich. Oh mein Gott. Das sind wir alle? Ja. Und wir kommen in bei der Zeit. Okay. Du kannst nicht sagen, Mel, okay? Laura. Just... Not yet. Oh. Okay. Wer ist in der Bodypack? Das ist der mit dem zerschnittenen Gesicht. Wo ist es? Ich weiß nicht. Ein paar Tage zurück, da waren... ...eine Schmerzen von der Marina. Danny und Owen wurden auf eine Schmerzen gelegt. Und das ist er. Und heute Morgen, die die Gäuern gefunden, Danny verlassen, nach der Perimeter. Das ist ein Schmerzen. Das ist ein Schmerzen. Scheiße, Scheiße! Isaac hat ihn mit ihm gesprochen, bis er er übernommen hat, aber... ... wie kann ich wissen, gibt es keine Einwohner zurück. Also wie bei Owen? Hast du gefragt, Isaac, was passiert? Ja, ich versuchte. Aber er hat mir den... ...und dann hat er mir gesagt, dass ich mich über das Gefühl habe. Das bedeutet, dass du nicht sagen kannst. Scheiße. Owen ist ein großer Junge. Ich bin sicher, dass er gut ist. Wo ist Isaac? Ich werde dich direkt. Wahrscheinlich oben im Hotelzimmer. Das letzte Mal hörte ich, dass er in den Apartment war. Okay, ich gehe auf Mal schauen, also... Ich werde wissen, was ihr euch findet. Ja. Mann. Warum hat Isaac nicht in der Suchsparte für Owen gesagt? Vielleicht hat er nicht, aber nur noch mehr. Ich hoffe es. Wir suchen Isaac. Er ist in. Ich gehe in. Warum hat er da Scheiße auf dem Hals? Scheiße. Schau, schau, wer das ist! Was geht's, Freunde? Hast du Zeit für ein Spiel? Nein, ich kann nicht. Hier für Isaac. Was für ein großer Schuss. Was auch, großer Schuss. Nicht mehr aufhören, dass ich so gut, was ich mache. Woah. Schau dir kurz. Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Wie der war Reden, Mann. Die Folterkammer, Mann. Ich höre das. Er ist wegsterben. Hm. Hey, Abby. Wir müssen nach oben gehen. Eswick ist da. Oh. Sie wissen, ob er lange wird? Es ist wieder, wenn Sie zwei kommen. Hm. Sir. Ich habe einen Mann hier. Hm. Lord, Alter. Ach du Scheiße. Okay. Don't let him fall asleep. Yes, Sir. Let's go up. Ja, er kann ja nicht einschlafen, aber er wird wahrscheinlich unmächtig werden irgendwann, wenn die Schmerzen einfach zu groß sind. Ich hörte, dass ihr zwei in ein paar Probleme kamen. Nein, sie haben uns auf unserer Seite verloren. Nur kleine Schmerzen. Ich kann nicht das gleiche für sie sagen. Ich wünschte, dass ich mehr davon gehört habe. Okay. Ich habe noch nie gesehen, dass ich die Böse nicht gesehen habe. Ich habe noch nie gesehen, dass ich das Böse nicht gesehen habe. Ich werde es noch ein paar Tage geben. Was ist passiert, Boss? Was ist passiert? Ich habe kleine Schmerzen. Ich kann nicht weitergehen. Dann. Wie? Ich kann noch eine andere Schmerzen versuchen. Aber wie lange bevor ein Schmerzen auf der Seite oder unsere Seite die ganze Sache entdeckt? Nein. Es muss alle von ihnen sein. Okay, Lola, da. Sir, wir versuchen, sie in der Eiland zu attacken. Nicht so wie das. Nicht mit jedem. Atombombe. Ein großer Schmerz. Ein paar Tage nach. Wir benutzen sie, um uns zu schmerzen. Wir brauchen sie, um uns zu schmerzen. Wir werden die erste Waffe führen. Wir wählen die Schmerzen. Wir beginnen. Ich will Owen. Wir brauchen wir uns, Danny. Wer spricht, Nora? Hm. Es? Das ist nicht Owen. Du hast es falsch gemacht. Du hast es falsch gemacht. Du hast es gesagt, Danny benutzt das letzte Waffe, um mich zu schmerzen? Sir. Die Leute hören die Geschichte. Owen ist tot. Jeder, der findet ihn, wird ihn für Sport. Und ich sage, dass ihr alle stopt zu schmerzen. Ich gehe nach ihm. Ich gehe nach ihm. Ich gehe nach ihm. Ich gehe nach ihm. Wir kommen nach dem Boden. Nein. Nein. Du hast dir selbst gesagt, die Sturm ist ein paar Tage. Wir haben nur einen Schuss auf das. Was ist los, Eminem? Er ist größer als einer von uns. Definitiv größer als Owen. Wenn er auf sich geht, dann ist gut. Ich gebe ihm den Vorteil der Bewege. Und wir werden nach dem Boden. Ich brauche dich, Abby. Ja. 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 Ich verstehe. Ich dachte, Abby wäre die Leiterin quasi von der Organisation, aber sie ist halt nett. Schau über die Pläne und geh über deinen Roster. Wäre halt logisch für mich. Gebe etwas Essen. Ich spreche später. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Nein. Abby, nicht. Ich werde zurück nach dem Morgen. Du musst mich nur aufhören. Isaac wird dich schreit. Nicht vor dem Verrück. Du hast gehört, dass er mich braucht. Ich verstehe mich. Wenn Owen da drin ist, dann wirst du ihn finden. Spuren lesen. Ich weiß, wo er geht. Stopp. Oh, okay. Ich werde dich töten. Was? Geräusche? Stopp. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich habe die Augen zu hören. Ich bin mir. Das ist toll. Damit du die letzten zwei Schritt kommst. Ja. Ja. Es war, dass du hier auf mich aufhören. Ja. Ich bin mir. Das Problem war, dass wir hier hochkommen sind. Hier wird das passieren. Du wirst deinen Schein hier runtergeflogen. Sit auf der Seite. Oder du kannst hier auf der Kinderseite. Und schau auf diese Sicht mit mir. Wir können nicht missen trainieren. Wirklich? Nicht nur für eine Nacht. Nein. Willst du darüber sprechen? Nein, sagt er. Es wird langt. Ja. Okay. Don't! 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 Es ist zu hoch. Oh mein Gott. Du weißt, ich glaube nicht, dass ich mehr so leben kann, Abby. Owen, ich bin ehrlich, ich werde mit dir verbrechen. Owen, ich liebe dich immer. Don't! Owen! Hm. Jetzt zaucht er wahrscheinlich so auf. Nein! Nein! Ah! Oh, LOL! tricky. tijdens. Ich dachte, ich würde mit ihren Bart. Ich bin hier drin, du Scheiße. Du schraubst? Und ich habe es verloren? Ich dachte, du schraubst. Und du kamst zu meinem Schutz? Nein. Ich kam für mich sicher, dass du schraubst. Ich habe etwas gefunden. Was? Ich bin gespannt, was er macht. Vielleicht zeigt er seinen Schwanz. Ja, er redet halt schon. Keep breath. Und geht es runter? Boah, Alter. Okay. Aquarium. Boah, Alter. Hm. Okay. Die muss halt ein bisschen Luft anhalten, Mann. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, es ist wie eine dieser, äh, zöne. Aber für Fisch. Shut up. Check das Wasserpuff out. Ich habe das Seale den anderen Tag gesehen. Es war in Spots. Sie haben keine Spots. Sie sind Brun. Das sind Sea Lion. Nein. Nein, du weißt nicht. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich habe das alleine. Hey, gib mir eine Hand mit uns. Ja. Und los. Was ist dieses Ort? Nein. Nein. Ich bin ein Wolf. Das ist mein Wolfhau. Du bist ein Idiot. Ich glaube nicht. Fancy, Alter. Da. Ich glaube, das passt dann immer. Ich glaube, das passt dann immer. Ich denk auch nicht, die ich noch nicht woher bin. Ich weiß nicht, was habe ich vorgelegt. Ich weiß nicht, was hat er gehört. Ich frage diese Wunde. Und das ist ein Optimist. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Das war nicht, was ich, was ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil es else ist ein confirmation? Willst du den Rest der Fischzoo sehen? Denkst du, dass es noch mehr gibt? Natürlich! Los geht's! Das Aquarium sieht ja von draußen schon riesig aus. Denkst du, dass du durch das kannst? Ja. Gib mir da hin. Ja. Los, hier für mich. Hier. Okay. Ah, durch dieses hat sie so einen Namen bekommen. Schau dir! Ich habe gestern gestern 185. Ja, richtig. Also, wir haben einen schnellen Blick auf und dann... Wir sind gleich zurück. Oh mein Gott. Hm. Du siehst das nicht jeden Tag. Whales. Ich war eigentlich noch nie ein Fan von Aquarium, also keine Ahnung. Aber ich denke mal... Zu der Zeit, also beziehungsweise in dieser Situation, wo es einfach nichts gibt... Ist sowas sicher interessant. Das ist auch so, Kinder. Ist das eine Familie aus dem Boot? Das wäre mein Geist, ja. Max, bitte. Ja, cool. Ich will die Tür auch mal. Hm. Wir können ein paar Clicker holen, dann haben wir das gleiche Gefühl. Wir müssen hier mit den anderen kommen. Das ist gut, ja. Geh sie auch, um die Regeln zu brechen. Du denkst nicht, dass es es wert ist? Wir sehen uns, wie viel Probleme wir haben, wenn wir zurückkommen. Hm. Du magst es. Schau dir. Also, kann ich dir, äh... Owen, du bist richtig? Oh Gott. Da ist er gestorben, Alter. Ich glaube, das ist unser Boot, Kapitän. Schau dir. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es vielleicht der Vater von einer Familie. Seine Kinder sind genug, um die Schmerzen zu sein. Geh. Hm. Hm. Na, auf der hohen Seite habe ich die Familie gefunden. Oh, was ist mit dir passiert? Er ist ein Skeletor und er braucht sie nicht. Ich verstehe immer, wie jemand die Schmerzen zu sein. Warum nicht? Wahrscheinlich keine Abzüren gehabt. Das ist warum. In den QZs, die Leute würden die Feuerflüge als Terroristen referieren. Fanatiker. Wir waren naiv. Wir waren nicht fanatisch. Wir verletzten Checkpoints und verletzten Soldaten. Ich nehme an, das hat quasi... 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 Nach der Zeit, wo er schon gestorben ist, dass es stattfindet. Ich nehme an. 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 Verdammt. Die Schmerzen, das muss immer noch lange dauern. Tja. War wahrscheinlich ganz alleine. Zweite Meerausstellung. Ja, das ist so, wie man am Abend quasi sagt, nur noch eine Runde mit COD und dann... Es ist plötzlich 5 Uhr in der Früh und die Hähne krähen. Just... Don't look down. Just go. You're good. Look at these. I'd love to meet this kid. Ich meine... Ich meine... Er ist ein Schmerz. Vielleicht hast du es. Hm. Jesus. Ich hoffe nicht. Woah. Geh an hier. Oh lol. Wow. Ja. Dass es alles noch dicht ist, ne? Da ist eine Robbe. Da ist eine Robbe. Siehst du das? Ich habe gesagt, dass du da war. Ja, ja. Es gibt halt unterschiedliche Robben. Oh ja, es geht los. Baby, komm. Ja. Willst du mich schlafen? Nein. Jetzt wird er gespielt oder was? Ist das das? Es ist das, oder? Du bist über das geschlafen. Ja. Das ist die Frisur. Komm her, Ab. Ich bin sorry. Entschuldigung. 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 Geh mit mir. Ich weiß, dass alle Läder ausgelöst haben. Aber... Joel ist noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Hm. Oh, ich bin ja ein Idiot. Ja, stimmt. Er ist sowieso gestorben, Mann. Gehen wir zurück. Wir haben noch mein Training. Gehen wir zurück. Was für dich? Nein. Ich werde mit den Säulen ein bisschen verhalten. Vielleicht hat der O.N. Lissing sich quasi von ihr getrennt, weil sie einfach nicht aufhören konnte. Vielleicht hat der O.N. Lissing sich quasi von ihr getrennt, weil sie einfach nicht aufhören konnte. Ich werde sehver, klar sind. Ich habe dich schon gesagt. Und dann sagen wir es nicht. Ich habe dich schon gesagt. Oh, nein, ich war sorry. Ich habe dich schon gesagt. Ne mich verkehren. Was, wenn Owen etwas anderes ist? Er ist da. Wir kommen aus dem Rücken, bevor jemand uns sieht. Kann ich dich davon ausziehen? Nein. Wir wissen nicht, was passiert. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn du wirklich Dany hast... Dany! Ich bin sehr glücklich, dass Owen zu schießen, bevor ich ihn habe. Okay. Ich mag dich helfen, dass du mir rauskriegst. Wie gehtst du zum Aquarium? Die Highway? Ich kann nicht. Es gibt zu viele Betriebs. Ich bin sicher sicher. Ich werde es aufhören. Aquarium ist nach Westen hier. Ich fange mit dir. Ich bin mit dir. Ich habe das schon gemacht. Nicht mit so vielen Skars in der Region. Viele. Bitte. Okay. Du kennst es besser. Okay. Okay. So. Schauen wir mal hier. Und. 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 Dass du was machst. Und. Do you know someone's squatting here? Gott. Hey! That's private. Oh my god. This is your place? How many sex stents do you have in this QZ? Heh. Ja. Da ja. Hey. Thanks. We're good. Yeah. And other stuff, you know. You're a good friend. Heh. Come on. You know, I can handle all these emotions. Hm. Okay. Is that QZ drüber? Looks clear. Come on. Speiss mich rüber. Kommt der auch? Alright. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Tja. Seriously? Watch yourself out there. See ya? Is that kinda Liking-Schänderin, alter? Okay. Just follow the sunset. Yeah, stimmt. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Servus. Bye!